Und ich hab keine Staufel dabei, ich depp... So, der Weg, ich mach mal einen Weg nach oben, damit wir wieder hochkommen, oder wie? So, jetzt hab ich schon... Die ist weg. Ein bisschen Kohle mitnehmen, das geht schon so. Ja, alles klar. Alles weg hier, los. Ja, alles klar, alles weg. Alles klar, Alter, alles weg hier, ey. Donnerwetter. Ich hab den Minen-Eingang gefunden. Jetzt geht's los. Fröhliche Creeper überall. Durch die Lüfte vorschal. Da ist er doch schon. Durch die Lüfte vorschal. Gut. Durch den Creeper vorschal. Durch den Creeper dringt mein Schwert. Ich mach hier mal unten schon mal die Gegend klar für dich, ne? Geht's hier noch runter? Ja, okay. Ach, ich hab keine Schaufel dabei. Ach, egal. Warum opfer ich mich eigentlich für dich? Ja, was weiß ich? Du willst ja... Nein, ich bin der König. Höhlen-Spinn-Spawner. Ah, nö. Soll ich den zerlegen, oder? Lass ihn mal lieber. Leuchte aus. Komm ich überhaupt noch irgendwie runter? Schönes Lein. Mist, ich hab keine Axt dabei. Muss ich mir gleich mal was craften hier. Ich hab mich überhaupt diesmal nicht richtig vorbereitet. Vorbereite dich, Depp. Echt mal Kevin, das geht aber nicht. Was, der Eis hier war doch gerade eben noch voll. Was? Ja, ne, ich... Jetzt hat der Nachbar über die Hecke gestohlt. Oh, stopp! Stopp! Oh, ne! Mach dein Mikrofon wieder! Und jetzt? Ja. Hm. So macht man gekonnt Lava weg. Mit Fackeln. Genau. Ja, super. Ich bin voll begeistert. Also gucken wir uns mal hier um. Mal gucken, was hier so... Oh, Creeper. Gut, die Axt funktioniert einwandfrei. Hm, 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 hm. Hm. Ich hab aber keine Schaufel, Mann. Ich mach mal alles, nur keine Schaufel. Ich hab auch keine Schaufel. Ich spare mir halt das Geld. Für ein Mikrofon. Achso. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich hab mir jetzt... Mann, ey. Mach, kauf dir mal ein Mikro. Das ist eklig. Kann ich irgendwie... Genau, Dommy, du verdienst doch viel mehr Geld wie wir. Also kauf dir doch mal ein Mikro, ey. Hier ist doch wieder ein Höhlenspin-Spawner. Das ist schon der zweite, den ich hier finde. aber den hast du schon beleuchtet wie habe ich beleuchtet jetzt irgendeine fackel oder war die vom spiel auch schon so haben spiel weil ich weiß ja nicht du weißt ja nicht mal wo ich bin ja es ist auch der komplett anderen warte mal moment mal gott höllenspinnen momente mal kann es sein dass wir in der gleichen hülle sind nie das geht doch gar nicht geht doch überhaupt nicht und ist lava das sieht schon mal sehr nach sehr nach redstone aus er sagt man wo du bist du bist kamikaze tp dich doch zu mir nö du springst gerade irgendwo runter ach ich sehe deinen namen du bist weit weg von mir ach hier und ist nur ein bisschen lava scheiße ein bisschen rum also bist du hier lang gelaufen ja immerhin habe ich lappes gefunden für spinnen und dann bist du da hin hier unten das den gang ja ausgelöstet und bist du dann hin zu dem höhen spinns baue nach so weit ist ein spinn na ja ich glaube hier gerade in dem lava serum wie die ist tot ach die sterben mit einem schlag mit dem schwert was mit dem diamantschip sterben die mit einem schlag was ich bin ach nee nicht dieser ton was tot da ist ein creeper schwein das kann doch gar nicht sein ich hau ihn die hucke voll das finde ich richtig toll smaragd erz sammthandschuhe mach ich smaragd der erste smaragd den wir finden aber bei dem bringt den irgendwie nicht viel selbst mit glück 3 bekommst du da wenig raus fast nur ein melonen? ne kürbis lassen wir mal da finde ich irgendwie voll den hohen ey hier höre ich doch schon wieder höhlenspinnen ist das der andere spawner das ist der richtige ja nur eins super toll aber die kohle nehmen wir mit dazu hast du auch wieder zwei nebeneinander kannst doch ne monster fallen so ziemlich nebeneinander da ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich hier bin ich hier bin ich ich weiß ich werde jetzt mal ähm die musik ändern in käsekuchen ähm in nacht und da muss ich was ändern moment moment wird das und das so kule kule ah diese wasser diese wasser diese wasser komm ja komm auch hier ist ein see dominik was machst du so ist der überhaupt noch da keine ahnung boah nena haha diese mistviecher ach man haha wieso kriege ich denn jetzt schon wieder schaden jetzt sehe ich das Viech nicht ich kriege einen vogel hier mit diesem scheiß spawner der kommt jetzt weg tschüss kevin ich bin ich warte jetzt nur noch bis das Ding da fertig geladen hat ach dein mikro aus oh ne oh ne tschuldigung oh ne ja und was machst du dann gehst du dann auf oder was schreibs einfach ja weiß ich nicht mal gucken ja aber leg wieder was aufs mikro dass das so bleibt hm auf der also auf den stecker ja warte mal ähm ähm oi also was ich hier an wolle zusammen bekommen an diesen Falten ich weiß ich hab auch noch genug ohne hier geh ich jetzt nicht runter ok ok hier ist der Gang zu Ende und das hier ne 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 nicht mit der so also ich glaub wir tun uns dann mal zusammen und suchen mal nach Redstown und teilen uns dann erst auf weil ja die Kohle hier muss man mitnehmen und so brauchen wir nicht allzu dringend wir brauchen eigentlich ja nur Eisen äh ja Eisen und ja ja und wir müssten vielleicht später dann nochmal nach ähm Ziegelstein suchen nach Lehm ja das mache ich dann ne das machen wir zusammen jetzt muss ich hier runter wenn du dir das mit mir antun willst hast du Angst dass ich cheater oder was nö aber he 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 ich kann hier mal ein paar Zeugs weg tun weiß ich nicht ich brauche das kann man jetzt stecken das brauchen wir nicht wir brauchen das Fleisch weg Mann wo kommen denn diese Viecher jetzt hierher das gibt zwar nichts ja mach sie platt mach einfach den Spawner weg wir brauchen wir brauchen ich brauche doch keine mehr ich hab doch zwei ja ich hab den ja schon weg gemacht trotzdem kommen welche hier unten ist noch ein Spawner drei Stück oha Knochen brauchen wir nicht Alter leck mich doch ey ich hab keinen Bock mehr auf den wir sagen ich hätte die Enderperle wegtun sollen Halt die Schnauze jetzt ich hab keinen Bock auf euch ach ich hab einen kaputten Bogen gekriegt von denen super was hier für den Müll drin hab ich von den Spawnern bekommt man gut XP du wirklich ja wann machst du die denn kaputt die gebe ich dir dann die XP ok hier gehts noch lang hier gehts noch lang Mann dieses Wasser ich mach mir jetzt ein Steinschwert und hau die Spinnenweben weg weil da ist mir das Eisen zu schade schon nach der Wende schon nach der Wende oh ok äh Mann dieser Server nervt Betabild ne das ist auch bei deinem normalen so auf der 1 2 3 war das nicht so auf der 1 3 2 das ist genau so die Monster sind total scheiße beim Server wenn man nicht fast ist oder ja warum sind die dann bei mir genauso hässlich zu besiegen wie bei dir die backen total rum ja bei mir backen die auch rum das ist aber im Spielplayer auch so weil das alles auf dasselbe im Ding läuft nö komisch bei mir schon warum geht hier nichts kaputt? weil ich das eingestellt hab super ja schon richtig spielen ich würde schon gerne richtig spielen es gibt auch irgendwas machen das kann man so auch gleich abschalten ja ja ich weiß nicht ob ich vom Server runter ob wir den Server aber ich glaube nicht ich muss nur World Guard eigentlich anders konfigurieren das ist ja leicht gemacht soll ich TNT Block auch ausschalten krass dass TNT kein Schaden anrichtet ja wir benutzen keinen TNT kannst du so lassen ja also wenn dann schon richtig wir benutzen aber kein TNT ja du vielleicht aber ich ja ich benutze kein TNT muss auch kein TNT explodieren wie laut okay das funktioniert sogar du kannst mir dann auch mal Moderation geben oder Feedback ob es funktioniert oder nicht explodier doch einfach einmal wenn man fehlt dass die Viecher explodieren ich hab keine Schaufel es explodiert auch ja gut der macht Schaden Block Schaden so schnell eine Schaufel gebaut und schon geht es hier ans Kies abbauen da werden wir auch noch was brauchen ähh jo so hier ist auch nichts mehr aber es wird am Ende wirklich gut aussehen ja wie man ja im Info Video gesehen hat hier unten geht es wieder zu Lava deswegen werde ich mal hier ein bisschen ausschauen nach Redstone halten also man hat es nicht direkt im Info Video gesehen sondern das Thumbnail halt so halb also so ein bisschen ich glaub ja ich glaub ja Tuni hat eigentlich grad alles außer das was wir machen müssen mein ganzes scheiß Inventar schon wieder voll ja meins auch ja ich bin schon auf der Suche nach Redstone also ja ich bin grad hier noch am Eisner bauen ich kann nicht einfach mit dem Ziel losgehen mit ähm Redstone sammeln aber man muss erstmal welchen finden ja Hals-Maus-Skelett und solange man keinen findet kann man noch das oh ne Kürbiskerne brauchst du Kürbiskerne nein ich hab Kürbisse irgendwo ich glaub nicht Mann ich hab grad 32 Fackeln verbaut meine Güte und wirklich wie viel Kohle ich glaub die mach ich mach mir jetzt mal Fackeln Lohnsam brauchst du auch keine ne ne ich hab aber mal dabei mitgenommen so so ein bisschen Fackeln da fackeln wir nicht so ne ist egal so ähm ähm ach hier unten geht's sogar weiter mit der Mine Häusern da vorne steht so ne alte Creepersau die hau ich mal kurz um deswegen hab ich ja auch nen Bogen weißt du eigentlich wie lang so ein Diamantschwert hält weißt du das? lang lang sehr gut Schienen brauchst du nicht noch ne kannst du mal da lassen wenn dann kann ich sie mir ja holen ja ich hab immer so die Angewohnheit alles abzubauen was ich in der unterirdischen Mine finde deswegen ja wenn du willst kannst du sie abbauen ja ja aber ich spar den Platz lieber fürs Zeug weil das ist schon wieder alles vollgeknallt bis oben hin ja hab ich die mir grad abgebaut ja hab ich ein Smaragderz hab ich den kann man auch Smaragderz lassen ne braucht man ja nicht redstone yay ja aber du mit Behutsamkeit abbauen erstmal ne ja ja das machen wir dann mit Ding mit Glück 3 zu Hause hab ich ja alles schon ich fall hier runter verdammt die Musik kann man mal überspringen zoniges auf die Tasten hauen beim Keyboard brauchen wir jetzt nicht redstone und schon wieder redstone find mal Diamanten yay nee es glaubt es na egal wo ist auch mit Behutsamkeit ab das kann man mal gebrauchen komisch dass die Spinnen mich erst sehen wenn ich sie angreif blöd oder finde ich jetzt eigentlich Diamant aber jetzt wirklich Diamant runterkitz versteckt wie mies haaa Lava Lava ich hab doch mein Wassereimer wieso mach ich die Lava hier nicht einfach zu ops so siehst du schon ist Ruhe hier kann man ein bisschen obsidian noch abbauen später ne kann man nicht hab mein Diamant ich hab ja kein Diamantschaufel mehr äh schwer schlugel schlugel nee so jetzt muss ich erstmal irgendwie tiefer diese Ebene habe ich jetzt ausgeräumt gehen wir mal da lang das hier zu obsidian dann ist das hier schon mal sicher ich mach hier jetzt alles sicher rund um den Diamant muss unterm Diamant gucken da war er schon jetzt hat er die Behutsamkeit raus da ist auch nichts mehr abbauen ok kein Platz mehr lass ich liegen da ist dunkel ne ich hab schon gehört das wär jetzt ich mach die Fäden weiter hier ist ja gar nichts super super schön ich bin schon Level 21 oh man warte mal wenn wir da da geh ich mal hin so uah Lava schnell Wasser hin haha ist immer praktisch wenn man einen Wassereimer im Inventar hat ah den müsste ich mir mal auswählen hier so 5 5 ähm Diamantblöcke hab ich wie ja 5 Diamantblöcke wow also Diamant Erzblöcke halt ja ja weiß ich weiß ich weiß ich ha wenn man eine Spinne einmal also eine große Spinne einmal mit der Hand schlägt und danach mit dem Schwert dann ist sie tot Gold gefunden ja Gold ist auch gut oh nö die Mini Viecher kommen aber im Glück sind die sehr schnell weg Gold noch mehr Gold noch mehr Redstone wir lassen doch schon Glöcke 6 das kann da oben hängen bleiben 7 8 9 10 11 12 es summiert sich langsam aber sicher hier hier bist du runter nee bist du jetzt nicht hier runter gegangen oder wär ich ja du solltest du wissen wo ich runter bin mach ich mal mal den Weg hier lang sondern dann brauche ich na egal da unten ist jedenfalls Lava war war aber mehr auch nicht super so ja schönes Lava weg Mist so Flint brauche ich nicht was hab ich nicht noch ich hab Redstone freigeschaltet geil was hast du gemacht ich habe ähm einen Block Wasser auf Lava gesetzt dann ist es ja in der Lava drin dann macht er alles außen rum aus ähm Obsidian und unter der unter der Lava war Redstone ich weiß noch was abbauen soll weil guck einfach mal ob alles secret ist auf jeden Fall ist die dabei hier überall sonst ne einen hoch deswegen oh ich kann Eisen aufnehmen was voll ist ah jetzt ne ich hab Eis nicht voll ich hab noch gar nix voll ich hab gerade eben mein Inventar leer gemacht ich hab gerade eben mein Inventar leer gemacht